3 ich habe mich eingekriegt ist alles leer der verband nein ich habe weniger hier solle nage und alle er ist hier jemand ja kein verbandskosten doch hallo wenn er lässt du mit uns jetzt lieber nicht netzwerkbezögerung zum kotzen ich habe feine soll ich die mitnehmen der verband hat ja so viel gebracht krass ich bin ja fast wieder voll muss ja irgendwo Muni sein alles leer ach doch der erste Muni ACP ja ich brauch aber viel Verband Flitter oh bitte lass den Buggy überleben ok ich geh jetzt hoch geh vom Fenster weg ich wollte grad sagen ich lieber vom Fenster weg ich fand nix Wird die gerade geschossen oder die Bomben? ja das sind die Bomben ich höre manchmal so ein bisschen Schüsse naja Schüsse sind auch da sind 100 pro Schüsse ok ähm ne ich steu'n's auf ich glaub es geht doch äh Bombenmannschlag ok muss denn irgendwas sein kann doch nicht wahr sein hm ja so hier ist nix ich brauch Muni was lebt der Buggy noch keine Ahnung Buggy 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 lass uns weiter fahren ich guck doch auf die Häuser durch ich brauch Muni ich brauch Muni ich hab nix mehr sonst ähm hast du Verbandskasten? ich hab nur ein Verband gehabt ich hab schon benutzt oh warte 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 ich geb dir das ich mein hier liegen doch Verbandskästen ja hier liegen ganz viele ja hier liegen ganz viele du ATP monitoren ich hab keine Ahnung keine Vector Mann was ist das Fußabdrücke wow egal Kippen ich brauch ich hier ich brauch Kippen scheiß auf Muni hier ist nix ich geh nochmal da oben du Otto da war ja schon ne ne da war ja schon ne ne da war ja schon ok ich nimm jetzt all die Muni erstmal erschießen ich hab ne Shotgun Muni genommen ich geh für mehr Munition ja da war auch wieder zwei Schuss boah wär viel so ne MP rum? ne da geht mehr rein behalte die Junge Junge willst du ein Holo-Visier? ne ich hab schon für die Shotgun ich hab schon einen Rotpunkt für die OMP ok ähm na viel besser hast du einen Schnellzugriff? nö bis haben ja ich hab nicht hier bei mir wo war mir so macht ihr die Zohle ohne die Zohlen ja ich bin gerade auch mit bei einer anderen oder hatte jetzt ja noch eins aber lass mich jetzt keine Muni finden damit er nicht kriegt das ist Teamwork ich werd mit dem Isabelle erschießen damit ihr die Muni nicht kriegt oh Rucksack Stufe 2 ist meiner hab ich auch schon geh doch mal lass mich ich will ins Wart ich muss aufs Klo war erster ich hab schon Stufe 2 Helm, Helm ne Weste geil ich nehm mal den Benzin-Kanister mit vielleicht fahren wir ja was länger ja hab hier ne geile Mütze für dich nö kommst du dann zum Auto? ich fahr weiter dann fahr doch tschüss es wird hier erst auf weg und was verlasst ihr gerade? ich komm nicht mehr du kommst ja nicht drüber unter Wasser was? ne bei mir war nur mit Gas wohin denn? wachst du bis zum Anschluss ja fahr einfach das ihr noch lebt ne? da fahr mir das ist ein Wunder ich hab noch 90 mit dem B und Ben nicht aussteigen wer hat der Fahrrad ne? das stimmt das stimmt das stimmt das stimmt das stimmt sonst das stimmt da kann man es ist da kann man hallo hier ist eine 5-Liga-Zone das stimmt die 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 Wir haben eine Wechselschule? Ja, der loot mich jetzt. Da sind bestimmt Waffen drin. Der wird auf euch geschossen, by the way. Echt? Dang. Was ist das? Ich hab keinen Bock gemacht. Schaut mal, wir sind hier nicht bei Patrick im Stream. Kannst du Fensterspringen kommen? Nein, kann natürlich nicht. Scheiße. Du musst irgendwas sagen. Wieso hat sich das Auto so gedreht? 6 Minuten und so viel passiert. Mann, Mann, Mann. Wieso? Wieso hat sich das Auto so gedreht? Was ist das denn? Holztoiletten? Holztoiletten, ja, genau. Scheiße, komm ich wieder hoch. Ich komm hier nicht hoch. Oh, Junge. Ah, hier sind Leiter. Ah, hier sind Leiter. Oh, da ist die Waffe, die ich haben wollte. Nein, jetzt komm ich schon wieder hoch. Hier waren Waffen. Genau hin in deine Ecke. Nein, ich suche immer den falschen Zett. Nein! Hau doch aus, Mann! Mann, oh, ich bin da hoch. Geh doch da hoch. Ich kann den Leitern klettern. Wie los? Wie soll ich denn hier hochkommen, Byrn? Gar nicht. Da, wo der Schuss ist. Da wird geschossen. Nein, im Osten. Südosten. Osten. Du kommst ja nicht hoch? Oh, du bist ja hochgekommen. Oh, na. Jetzt gerade wieder lag, ne? Und dann hier so. Oh, hier ist der Pool. Oh, ist das? Das Bändchen könnte ich... Die will ich jetzt mal springen. Muni! Die Luftklappe... Luftklappe? Was ist eigentlich eine Luftklappe? Klappe für die Luft. Du bist irgendwie nicht lustig heute. Kannst weiter gehen? Ich will hier durch! Es geht nicht, wenn ich mir da lädt. Letztes Bezügerung ist auf Doom. Betty! Geh weiter! Geh mal! Es geht nicht! Ich schliess... Ich schliess dir... Ich schliess dir in den Kopf! Ich schliess dir auch! Ich schliess dir auch! Ich schliess dir auch! Es geht doch! Es geht nicht! Es lädt! Hallo! Hallo! Ich möchte den Selbstmord begehen. Hilf mir! ACP Muni, hey! Ich hab euch genug oder so. Es ist hier drin, nein! Oh Mann! Ich hab noch Schmerzen! Geil! Hier ist nichts! Da war nichts! Ich glaub, ihr könnt gehen! Ja! Gehen! Danke Jant! Diese Feststellung! Wir haben ja noch zwei Gebäude! Oh, geil! Ich hab jetzt 21 Schuss... Ne, 24 sogar! Wollen wir weiterfahren? Fereinfach weiter! Fereinfach weiter, Ben! Lass sie da! Lass sie da! Lass sie da! Fereinfach! Ey! 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 Kannst du hupen? Kannst du irgendwie hupen? Wichtig! Nein! Hupen geben die! Nein! Nein! Boah! Steig geil! Steig geil! Röster! Röster! Schieß die! Fahr! Soll ich lieber fahren? Nö! Ich bin ja nur gedriftet! Echt? Was ist denn noch ein Buggy? Das ist noch ein Buggy! 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 Bessches für den eigenen Buggy! So, komm Mädel, steig aus! Aus! Da kommt übrigens gerade die Wand. Ist jetzt da. Müsste mal nach links. Minderweil. Was machst du? Ich hab bei dir einen Streifen. Deswegen bin ich gefahren. Wer jetzt? Wann? Das ist steuer. So schnell kann ich dich mal umschalten. Ich glatze. Du kannst du mich verfahren ab. Du musst dich hin. Du musst dich beschaffen. Wie seine Markierung wird geht. Also nicht. Nein. Nein. So ein Chaos mit den beiden. Nichts zu fassen. Gut, dass ich tot bin. Gib doch Gas. Kannst du die aufsteigen? Ich hab keine Ahnung wo ich hinfahre. Ich hab keine Ahnung wo ich hinfahre. Ich bin überhaupt noch in der Zone. Nein bin ich nicht. Scheiße. Kannst du dich abholen kommen? Nein. Ich geh gerade schlecht. Ich hab keine Ahnung wo du bist. Ich hab Auto. Ich flieg am Kopf. Du siehst so süß auf der Karne. Ich weiß nicht. Warte aber die am Schreien ist. Die gehen bei der ab. Warte wie die alle schießen. Boah da steht ein 4er Auto. Ich glaub das ist ein Auto von eben. Ich glaub auch. Weil sie wieder im Auge sind. Halt mich nicht zurück. Ich fahr doch zu dir München entspannt. Vorsicht. 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 Boah. 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 Holla. Das warary du Duder A der. Fahrrad los kommst du furious. können die das schaffen Gott, dann deckt den nicht auf. Oh Gott. Oh Gott. Die Hände in den Augen stehen nix mehr. Ich hab ja schon gebrannt. Ich hab ja schon gebrannt. Ich hab ja gebrannt. Ben braucht ein Seidenbisser. Ich hab ja gebrannt. Nein. Du hast ihn hier gefunden. Nein. Oh, da ist jemand. Ja, ich bin weg, tschüss. Oh mein Gott. Ich heule. Die Federung meinem Auto ist nice. Ich bin wahrscheinlich im Kamerateam, schätze ich mal. Hier, fahr da dich hin. Doch. Was soll schon passieren? Ich hab'n Medizinkoffer. Und Money. Oh Scheiße. Da ist Wasser. Otto. Oh mein Gott. Das kam unerwartet. Das kam unerwartet. Das kam unerwartet. Ich bin jetzt die Navy Seal. Eher Seal als Navy. Ja. Aber das hast du das nicht aufgenommen, oder? Doch hat er. Ja. Scheiße. Ich nehm' alles auf, gerade. Jetzt wirklich schnell weiter oben, irgendwie. Da macht... Da macht da russend hinter zwei Verrückte alleine auf der Map. Ich... Ich guck mal, was ich da mache. Dix und Foxy. Ja. Ich leide da noch ein ungestecktes Ohr. Wenn du sieh'n alleine auf der Map ganz alleine. Mit zwei Autos. Is the Furious. Was denn Film jetzt Eika? Eika. Eika. Das ist einfach niemand, ne? Wo sind die alle dich erschaffen haben? Mann, Mann, Mann. Ja, du. Ja, nicht da in dem Haus, wahrscheinlich. Da ist die Tür offen. Ja, freu' dich. Boah, das hat schon ausblickt. Du hast übrigens noch 50 Sekunden Zeit, ne? Ja, da musst du noch weg. Oh, ich bin doch gar nicht in der Zone drin. Oh, sag das doch! Ja, wozu bist du die Idee? Ich dachte, du bist schlau. Ich spiel' das jetzt die zweite Runde. Mein Betriekanister. Ich möchte erst den Betriekanister. Hohl den mal. Ach, weil er von Papier hat. Okay. Dann tankst du dich voll. Klar geht Papier, ne? Klar. So'n Arsch, ne? Oh Gott. Ja, der ist unter 17 geschafft. Unfassbar. Ich lau' jetzt grad offen im Feld. Und dann noch zu meiner Leiche. Oh! 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 Ach, was? Ich dachte, es ist zu gern. Ey, was? Ich hab noch einen Benzenschuss in der Zone. Ich hab einen Benzenschuss drin. Ich hab einen Benzenschuss drin. Also, alle zurück in die Lobby, bitte. Ich hab' Spieler gekillt. Ich hab' Spieler gekillt. Mach mir Bescheid. Ich geh' für die Lobby. Kann ich mir noch was zu trinken holen? Ich heule. Ich hab' Spieler gekillt. Ich geh' mir was zu trinken holen. Ich versuch' dann wieder runterzukommen. Ich hab' noch ein bisschen Scheiß dagegen. Oh mein Gott. Doch gesagt. Haupt mir ja keiner. Wer macht die Anmoderation? Der Jan. Mach' die. Der möchte aber auch mal OBS starten. Und dann rauche ich jetzt erstmal eine zur Beruhigung. Und dann starte ich OBS. Das müssen wir sagen, wenn ihr fertig seid. Erstmal eine Rauch. Prioritäten und so. Ist ja dieses Kurs nach 9. Ich muss morgen erst um 10 Uhr auf der Arbeit sein. Ach, ich muss morgen um... Ich hab' Ferien. Viertel vor sieben auch. Ich hab' ab Mittwoch frei. Dann muss ich doch noch kurz arbeiten. Und Freitags wieder frei. Voll unsinnig, dass ich doch noch nicht arbeiten muss. Aber naja. Mach' wir sein OBS. Hier ist OBS. Wollen wir Niki noch reden, dass mir das Vegas Pro wieder einrichtet? Hauptsache Helen war gerade auf dem DS und ist schon wieder raus. Die hat mich eben auf Steam gefragt, wie's mir geht. Irgendwie hab' ich gesagt, ja mir geht's nicht gut. Warum macht Helen in letzter Zeit öfters, dass sie kurz auf dem DS kommt, wenn wir da geht? Nein, ich möchte OBS jetzt nicht updaten. Oh Gott. Guck mal, der Leis spielt Code in Exiles. Hä, von mir? Ne. Hat der das auch? Keine Ahnung. Ja, ja. Ja, weil ich hab... Weil ich hab mir... Der hat sich das tatsächlich gekauft, weil ich hab das auf der RPC geschenkt bekommen. Okay. Mich erspielt Rainbow. Das macht eigentlich Spaß. Also Code in Exiles könnte man auch mal zusammen spielen. Muss ich mir auch kaufen, grad über 30 Euro. Ja, das ist dann... Ich wollt' mir noch Overwatch holen. Ja. Also ich würd' mir eher Conan holen als Overwatch, weil Overwatch kriegst du ja zwar für... so wenig, wesentlich weniger... Ey. Oh, tschüss, die Liga. Oh, tschüss, die Liga. Hans, grad... Hans, grad weg. Ja, ich... Weiß. Sind wir denn so weit? Warte, ich bin doch am Rauchen, ganz ruhig. Oh. Oh. Und Isabelle ist auch noch nicht da. Oh. Ich bin doch, wenn wir auf der Reihe.